Es ist ja glaube ich nur das normale Geschütz, soweit ich weiß Nein, da war zu weit Komm schon, Heck, das Teil, jawohl Hahaha, jawohl So soll es sein Ich muss immer öffnen Mein Kampfmodus, Kampfmodus, Panzerungsmodus Als den Stealthmodus Nutze ich immer viel zu selten Warte, wo war jetzt die... Ah, hier hoch, hier hoch muss ich ja Dann haben wir es jetzt endlich geschafft, hoffe ich mal Ein letztes Mal noch zu stören Jagt das Ding in die Luft Okay, ganz ruhig bleiben Wir haben es fast geschafft Ah, jetzt kommt der Prophet wieder Ah, das ist echt heftig das Teil Weg ist es Zum Psycho stoßen Und das ist wo Na super, klar kommt immer wieder Gegner Das ist ja sowieso klar Ja, das ist völlig scharf Scheiße Tschüss Was, der lebt noch Jetzt aber nicht mehr manchmal Jetzt nicht mehr Wieder acht Schuss Das ist echt super Komm schon, mein Alien Komm, Alien Das ist weg Viel Schuss Der lege ich jetzt Komm schon Jawohl Okay Ich lande auf dem Dach Triebwerke lasse ich laufen Damit wir schnell weg können Das Teil ist eh hin, aber gut Wo landet er jetzt da drüben? Jetzt muss ich wo langen Das ist jetzt die Frage Aber wahrscheinlich da unten Bin unten Ich muss sagen Das war bisher Eine der Kampf Erprobtesten Und Krassesten Schlachten Missionen Kapitel Wie man was nennen will Abschnitte Stör Gauss Sabbats Rex Ladung Nein Hätt ich gewusst Dass ich mal Taxifahrer werde Hätt ich einen Schein gemacht Taxifahrer Da unten war der Dieser Incinerator Braucht mir jetzt aber nicht mehr gut Mit einem Senkrechtstarter zu steigen Weh, ich muss den jetzt fliegen Ich sag's euch Hoffentlich nicht Nee, Gott sei Dank nicht Ich darf schießen Wahrscheinlich Ich wusste es Ich wusste es Alles aber geil Muss man sagen Mir ist aber geil Das musst du mir nicht sagen Mein Urgroßvater hat über den Firearms geflogen Jawoll Wie schnell das down geht Wahnsinn Brutal Jawoll da vorne Komm schon Auch wieder weg Weiß doch Weiß ja nicht Was der für eine Munition geladen hat Der Senkrechtstarter Aber es ist krank Scheiße Den haben wir nicht erwischt Fliegt aber ganz schön heftig Muss ich sagen Nein Ist auch weg Auch weg Alter Kannst du mir noch nicht erzählen Wie ich den zerlegen Der krank Alter fliegt der rum Alter fliegt der rum Das war ein bisschen dumm Das war ein bisschen dumm Komm schon Alter Jawoll Auch weg Jetzt haben wir schon 10 oder so 8 auf jeden Fall Komm schon Hol dir ein neues Schiff Jawoll Jawoll Scheiße Gestorben Fuck Das war nicht so toll Komm ich immer noch mal rum Na das gibt's doch nicht Wie will man die treffen In der Eine Sekunde Komm schon Flieg gescheit Erledigt Jetzt haben wir es ja schon mal geschafft Aber schon halt drauf Verdammt Jawoll Und der nächste Nun Ah Hä Ich habe mich zerlegt Ist klar Wo ist denn der Kann ich ja nichts machen Das war Wir sind fertig Niemals in der Geschichte Der menschlichen Konflikte Wurden viele Fische Fische Von Von Wenigen Ablachten Ich sehe Nur noch Wie sieht Da hinten aus Das war gut Das ist sehr schön Komm schon Komm schon Komm schon Ich glaube wir Habs geschafft Jetzt kommen bestimmt Scheiße Kümmer du dich um die Triebwerke Ich halte sie auf Oh ja Sir Natürlich Sir Ich darf das Flugzeug des Herrn Referieren Während er ganze Alien Horden Ins Jenseits schickt Ganz toll Deshalb bin ich zur Armee gegangen Jetzt markieren wir die erst mal Damit ich sie mir Gut sehen kann John Oh da hinten Wie eine Alien Waffe Aber ich brauche noch ein bisschen Scheiße Ich hab das noch nie gesehen Wie die Die auspacken Aus den Teilen Scheiße Das wäre jetzt sinnvoll Weg zu laufen Muss ich sagen Aber hier Es waren doch Alien Waffen Jawoll Reaper Cut Ja sag ich doch Hektisch Scheiße Jawoll Komm jetzt zerstören Scheiße Oh scheiße man Jawoll Oh die gehen recht schnell drauf Soll mal eine scheiß Gausgewehr nehmen Hier Ah jetzt hat es keine Muni mehr Ich glaube ich spinne X-Pack-Mörser Auch was Scheiße Scheiße Der Wichser hat echt was drauf Ah kacke Ah kacke Ich hab noch Hintengreffer dran Schon Jawoll Jawoll Ein bisschen Munition Wär trotzdem nicht verkehrt Ah er hat's geschafft Trotzdem hole ich mir noch Muni Ja die wäre sicher sinnvoll Standard Muni Ja die bringt So gut wie gar nix Gut Brand Munition Hab ich eh genug Gucken wir mal Ob da hinten noch Spezial Muni ist Wenn nicht dann Nein ist es nicht Super L-Tag Sehr schön Zehn Schuss wieder Und Die drei Raketen Hab ich auch noch Das ist ordentlich Ich weiß zwar eigentlich nicht Was diese Diese Dinger da bringen sollen Äh diese Naja Energieladungen Worauf man schießen kann Weil Die fügen ja einem selber Kein Äh nur Schaden zu Und Bringen die hier nix Außer man zerstört Damit feindliche Äh das könnte vielleicht Gehen Habt du das schon mal gesehen Was ist das Was der Teufel Tönen wir es einfach Da Na super War ja klar Das Teil Oh War ja klar Dass ich das jetzt Killen darf Kann ich mir fast nicht Vorstellen Ich kann mir vorstellen Dass ich sie abschießen Muss Keine Ahnung Gut Gut Ja ja Finde mich Suche mich Ah kacke Also wie soll ich das Teil Scheiße Doch Deiner ist Verrägen Du Schum Scheiße Ich habe fast das Gefühl Oh scheiße Hier kann ich nicht weiter Ah fuck Eingekesselt Ah das bin ich jetzt echt gespannt Wie ich das lösen soll Äh ich habe einen Granatenwerfer noch Schon noch ein Schuss Ah noch vier Komm schon Boah scheiße Das gibt es doch nicht Soll mal das Teil Nur kill Bin ich Taifun Naja In der Muni Schlecht Ich weiß nicht was Die Arme abschießen Aber es wäre auch Sinnvoll Äh sinnlos Komm schon Millionemal im Muni aus Vielleicht diese ganzen Teile abschießen Das könnte sein Ja so sinnvoll Kann es dann doch nicht sein Ah jetzt hat er keine Scheiße Wow Das war aber was Jetzt hat er zumindest keine Flügel mehr Keine Keine Seine Äh 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 Das weiß ich was das ist Ha Was ist ja Saft Oh 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 Fick So Oh 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 Geh doch drauf Jetzt hat er wieder seine Wichser Das gibt's doch nicht Scheiße Scheiße Ich habe keine Ahnung was ich machen soll Außer wir müssen hier die Dinge abschießen Das wäre noch eine Funktion Ja Komm schon Nein Jetzt hat er mich schon wieder Gibt's doch nicht Es stirbt doch endlich du Drecksteil Ja Puh Alter Das war mal heftig Muss ich sagen Das war heftig Aber ich hab's geschafft Wahnsinn was das Teil aushält Das ist echt Und auch nicht nur draufballern Sondern da muss man auch irgendwie ein bisschen taktisch vorgehen Ne Äh Was haben wir hier drüben noch Ja die sind alle leer Mhm Naja Ne Ska War das ne Ska Reflex Oder ein MK60 Das wäre im Prinzip Egal Na gut Das habe ich eh schon Gut Dann nehmen wir das lieber Mit Boah Super Raketenwerfer Stimmt warum habe ich den eigentlich nicht verwendet Mein Bogen gar nicht Das ist keine Ahnung Das vergesse ich irgendwie mal die ganze Zeit Den Bogen benutze ich eigentlich immer nur wenn Ähm Normale Gegner Wenn Celltypen da kommen Da war Wo zum Teufel bist du Was ist jetzt los Ich vermute mal das war jetzt die sechste Kapitel und jetzt kommt das siebte Mal Das letzte Endspurt Übertragung verloren